Jede Uhr braucht einen Taktgeber, etwas, das mit einer bestimmten Frequenz schwingt. Und in einer Atomuhr ist das die Resonanzfrequenz der Atome. Wie so eine Atomuhr funktioniert, soll dieses vereinfachte Modell verdeutlichen. Eine Atomuhr besteht aus einem Atomstrahlofen, einem Mikrowellengenerator mit einem daran gekoppelten Resonator, einem Detektor und zwei Sortiermagneten. Beginnen wir mit den Atomen. Wir brauchen Cäsiumatome eines ganz bestimmten Isotops, damit auch alle Atome die gleichen Eigenschaften haben und damit die gleiche Resonanzfrequenz. Diese Atome sind hier vereinfacht als gelbe Punkte dargestellt. Sie befinden sich in einem sogenannten Atomstrahlofen, denn um an die Resonanzfrequenz zu kommen, muss das Cäsium verdampfen. Wenn man sich diese Atome ganz genau anschaut, stellt man fest, dass sie mehrere Energiezustände haben, hier in Rot und Grün dargestellt. Dieser Zustand bezieht sich auf einen Elektron in der Atomhülle. Die grün dargestellten Punkte symbolisieren hier also die Elektronen der Atome im Grundzustand. Die rot dargestellten Punkte sind Elektronen von Atomen im sogenannten angeregten Zustand. Mit Energie einer ganz bestimmten Frequenz kann man die Atome vom Grundzustand in den angeregten Zustand versetzen. Das ist die Resonanzfrequenz der Atome. Für das Cäsium liegt diese Frequenz im Mikrowellenbereich. Im natürlichen Cäsium liegen beide Zustände gemischt vor und aus dieser Mischung kann man noch keine Informationen gewinnen. Nun wird das Cäsium erhitzt und verdampft und mit einer Blende wird die austretende Atomwolke so weit verdünnt, dass nur noch ein dünner Strahl aus dem Ofen herauskommt. Die Atome sind elektrisch neutral, also nicht geladen, aber die Eigenschaften der unterschiedlichen Zustände erlauben es, die Atome mithilfe eines Magneten zu trennen. Die Atome im angeregten Zustand werden herausgefiltert, sodass nur noch Atome im Grundzustand im Atomstrahl vorhanden sind. Dieser Atomstrahl tritt nun in den Mikrowellenresonator ein, wo die Atome mit einer Mikrowellenstrahlung bestrahlt werden, während sie durch den Resonator fliegen. Hat diese Mikrowelle eine Frequenz, die nicht der Resonanzfrequenz entspricht, also noch verstimmt ist, bleiben die Atome im Grundzustand. Hinter dem Resonator ist ein weiterer Magnet positioniert, der die Atome wieder sortiert. Nur Atome im angeregten Zustand, also in Rot, könnten den Detektor erreichen. Doch die Atome im Grundzustand, die im Moment da sind, werden so abgelenkt, dass sie nicht den Detektor erreichen. Das heißt, es wird kein Strom am Detektor gemessen. Ist das der Fall, sorgt eine interne Elektronik dafür, dass die Mikrowellenfrequenz Stück für Stück verändert wird, bis im Detektor ein Strom gemessen wird. Denn was passiert dann? Die Mikrowellenfrequenz entspricht der Resonanzfrequenz. Die Atome werden durch die Energie angeregt, während sie durch den Resonator fliegen und somit erreichen die Atome den Detektor. Wir haben also ein indirektes Messprinzip. Wir messen nicht die Strahlung, die von den Atomen abgegeben wird, sondern wir stellen selbst eine Frequenz ein, die wir für richtig halten, regen die Atome damit an und überprüfen, ob die Frequenz die richtige war. Somit ist dann, wenn am Detektor der maximale Strom gemessen wird, die eingestellte Frequenz am Mikrowellengenerator die richtige Frequenz. Eine Schwingung mit mehr als 9 Milliarden Taktschlägen pro Sekunde. Mithilfe bestimmter Elektronik können diese Taktschläge dann gezählt werden, sodass die Ausgabe einer Atomuhr wieder einem Taktschlag pro Sekunde entspricht. Dieser Taktschlag bezieht sich dann auf die Resonanzfrequenz des Cesiumatoms, was der aktuellen Definition der Sekunde entspricht. Und die besten Atomuhren liegen so eng an dieser Frequenz, dass sie nach 100 Millionen Jahren um nur eine Sekunde falsch gehen.